Moin Moin, zusammen Frank Fischer von der FF-Fotoschule. Ganz kurzes Video. Es gibt hier bei uns auf der Webseite kostenlose Texturen. Als erstes starten wir mit einer Kollektion zum Thema Steine und Steinwelten. Ihr nutzt einfach den Link unter dem Video und hier ist auch eingeblendet, um an die Texturen heranzukommen. Wir haben hier in dem Video einfach mal die im Moment vorhandenen 80 Texturen eingeblendet. Es werden bestimmt noch mal mehr, das heißt das SIP-Archiv wird nach und nach ergänzt. Im Moment sind es 80 Stück, sodass ihr einen Eindruck davon bekommt, welche Texturen ihr herunterladen könnt. Wie gesagt, auf der Webseite unter dem entsprechenden Artikel gibt es dann einen Link zu einem SIP-Archiv, wo ihr euch die Texturen herunterladen könnt. Die liegen in unterschiedlichen Formaten vor, also jeweils im JPEG-Format und in unterschiedlichen Auflösungen, weil sie einfach über einen gewissen Zeitraum mit verschiedenen Kameras entstanden sind. Wir machen euch die Texturen zugänglich mit der Creative Common Lizenz NC, also Non-Commercial. Wir freuen uns, wenn ihr es weiter sagt, dass es die Texturen hier gibt und wünschen euch bei der Bildbearbeitung mit unseren Steintexturen viel Spaß. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!